Jonas Müller bei mir von den Eisbären Berlin und wir spielen mit ihm entweder oder. Es ist ganz einfach. Ich stelle dir einfach zwei Begriffe vor und du entscheidest dich ganz fix für einen. Okay, also. Bist du bereit? Ja. Drei, zwei, eins. Buch oder Fernsehen? Fernsehen. Fisch oder Fleisch? Fleisch. Bar oder Karte? Bar. Auto oder Fahrrad? Auto. Chaotisch oder ordentlich? Ordentlich. Meer oder Berge? Meer. Hund oder Katze? Hund. Fußball oder Formel 1? Formel 1. Tee oder Kaffee? Tee. Mehr oder weniger? Meer. Feiern oder Chillen? Feiern. Anlegen oder Ausgeben? Anlegen. Klassik oder Techno? Techno. Früher oder Spätaufsteher? Spät. Träumer oder Realist? Träumer. Kochen oder Bestellen? Bestellen. Land oder Stadt? Stadt. Rücken oder Seitenschläfer? Bauch. Nie wieder telefonieren oder nie wieder chatten? Nie wieder telefonieren. Glück in der Liebe oder Erfolg im Sport? Beides. Fallschirm oder Tiefseetauchen? Fallschirm. Faust ins Gesicht oder Puck ins Gesicht? Faust. Okay, vielen Dank, Mann.